Willkommen zurück zu Pikmin 3 im Missionsmodus mit unseren guten alten lila und weißen Pikmin. Aber die Aufgaben sind bislang ganz schön knackig gewesen. Verdorrte Wüste ist die dritte Aufgabe, wo wir möglichst viele Schätze finden müssen. Vergoldete Früchte oder Goldklumpen, die überall rumliegen. Pikmin gibt's ja ziemlich zufällig, möchte ich fast sagen. Komm, einer reißt mal da aus und wir nehmen die hier. Liegen entweder irgendwo rum oder müssen wir aus dem Boden ziehen. So. Dann du machst das, du machst das, du machst das. 50. Das habt ihr erstmal zu tun. Der Rest macht mal den hier. So, was Charlie da an Land geholt hat. Moment mal, oh, ich seh schon. Wir können wieder... Bams, Bams und Hübser. Hätten wir gleich drauf lassen müssen. Die Zeit spielt eine wichtige Rolle hier. Weil, äh, nach Ablauf der Zeit müssen wir genug Geld gesammelt haben, damit wir gut genug sind. Für die nächste Aufgabe. Ich glaube, der bringt einiges. Das könnte gut sein. Außer Nektar. Na, da dürfen wir natürlich nicht rein. So, irgendjemand macht mal das, bitte. Und sogar beide. Okay, der Gegner ist erträglich. Oh mein Gott. Es sollten aber genug Pikmin gegen ihn kämpfen. So ist das kein Spaß. Naja. Fangen wir hin. Du bist ja aufgepimpt. Warum kämpfst du nicht? So. Du weg. Was ist denn das? Hier können wir weiße Pikmin verwandeln. Okay. Okay. Was macht ihr beiden? Keine Ahnung. Er stellt die Brücke. Keine Ahnung, wo die überhaupt hinkommt. Schauen wir uns mal an. Ach, nach da drüben. Aber da können wir doch schon mal hier... Was sind das für welche? Flügelpickmen. Okay. Das ist so ein... So ein Durcheinander. Ich bin fast der Meinung, man muss Missionen erst einmal machen, um rauszufinden, wo alles ist und so. Damit man das gut lösen kann. Können sie alle verwandeln? Das ist schon... Oh mein Gott. Die sind so schwach, um gegen die zu kämpfen. Wir probieren es trotzdem. Ach, na kommt schon, Jungs. Pikmin-Verluste sind hier wirklich... Nicht lustig. Ich finde, komm, lass den mal liegen. Es gibt viel mehr. Kriegt ihr das hin? Ja. Eigentlich eher nicht. So. Es ist ein wohlbehütetes Chaos hier. Die anderen sind fertig und die können doch bitte mal irgendwas machen. Zum Beispiel... Dich und dich. Komm, gehen wir mal hin. Das ist echt der helle Wahnsinn. Wenn man mit so wenig Pikmin arbeiten muss, das... Nervt schon. Ist da vielleicht was drin? Außer Nektar. Ich hab' ich hab' gehofft. Toll, die haben alle Flügel-Pikmin gefressen, oder wie? Muss ich das verstehen? Auch nett. Ach, toll. Ach, toll, alle sind hier. Bleib. Grad wieder ein bisschen Überblick verschaffen und, und ja... Was ranholen. Wir können überall weißes Pikmin verwandeln. Aber wen? Und wo? Für? Ihr chillt mir zu viel. Oh, nee. Sag mir nicht, wir haben jetzt zu wenig. Fuck. Wir müssen noch welche holen. Das haben sie auch aufgekriegt. Oh, ja. Da müssen wir ganz kurz mal uns drum kümmern. Bitteschön. Oh, geil. Was hier denn los ist? Aber schon bald wieder die Hälfte der Zeit um. Ja, jetzt tun sie hier schnabulieren, ne? Ich glaube, man soll die in weiße Pikmin verwandeln, weil die schneller sind, einfach. Das ist gut möglich. Warum gehe ich jetzt eigentlich hier lang? Ich wollte Flügel-Pikmin holen. Das ist nicht auszuhalten. Okay, wenn die gleich fertig sind, dann mit ihrem... So. Das haben wir. Du wirst erledigt. Boah, was es hier noch alles gibt, Mann. Bau die Brücke oder was weiß ich. Wo es hin soll. Ja, natürlich. Zum Glück sind hier bislang nur Billiggegner, ne? Die würden das aussehen, wenn das schlimm wäre. Okay, dann kommen wir in den Bereich. Das ist sehr gut. Komm, macht hin. Das wollen wir dann erstmal machen. Irgendjemand geht in der Zwischenzeit die Flügel-Pikmin da nach vorne tragen. Ich glaube, da könnte man eine krasse Abkürzung schaffen. Aber naja. Also wenn Charlie ein bisschen schneller wäre, hätte ich auch nichts dagegen. Nicht zu viele. Ist die Abkürzung oder was? Tatsächlich. Gut. Ah, wir haben die Grenze fast erreicht. Ich glaube, hier stellen wir uns echt gut an. Autsch, okay. Ja, mein Gott. Tut mir leid. Tut mir leid. So. Drei. Bis noch mehr holen. Das muss unbedingt abtransportiert werden. Da, da kenne ich nix. Weiß nicht, ob wir den langen Weg gehen sollten. Aber das ist ja auch noch so viel. Boah, Mann. Was macht ihr denn? Was, was, was seid ihr? Okay. Ihr kommt mal mit. Medaille haben wir. Das ist echt gut. So verblödet die Fischer. Aber ich habe jetzt keine Zeit, um auf jeden da Rücksicht zu nehmen. Klingt bitter. So ein Riesenapfel. Raucht Zehen. So viel haben wir. Ja, natürlich nicht. Alter. Was ist mit euch? Hey. Ja, hierfür ist er echt voll den Überblick. Das kann man auch mal so sagen. Das ist jetzt ziemlich blöd gelaufen. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben ja noch Zeit, also Brittany läuft bitte mal in die Richtung, falls da irgendjemand schon fertig ist oder was. Da gibt es auch noch Leute, die da rumrennen müssen. Das sieht alles ziemlich fair. Das sieht alles ziemlich fair. Warum weiß er? Ich glaube, die Frage habe ich ja schon beantwortet. Naja. Ihr hättet die ganze Zeit das da machen können. Guckt euch mal an. Ihr werdet das jetzt auch machen. Alter. Die anderen müssen mit her. Ein Chaos. Pures Chaos. Charlie, guck doch mal. Einen kurz entbehren. Damit die das wegschaffen. Das ist echt zu viel, Leute. Also hier kann man bestimmt voll die geilen Sachen machen. Ich habe den mit Goldklumpen aus der Hand genommen. Wenn man weiß, wo man es am besten anpackt erstmal. Jetzt muss ich da außen rum gehen. Aber dafür ist es mir die Minute noch wert. Oh. Ich habe Bronze. Das ist in Ordnung. Warum? Macht ihr eigentlich nicht in der Zwischenzeit? Auf, 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 auf. Aufend liegt noch. Mach ich das am besten. Ich bin so blöd, ne? Ja, das wirkt ein bisschen orientierungslos gerade. So. Ah, das bitte. Der Weg ist nicht weit. Komm. Ah, das... Ach, lecker, Mio. Hätte ich das gleich mal gemacht. Wir haben sogar schon Silber. Das ist unglaublich. Also wir haben uns nicht doof angestellt. Ja, schon. Aber es hat gereicht. Wir hätten viel mehr erreichen können. Dessen bin ich mir vollkommen bewusst. Oh, Mann. Also Silber. Eine echt schöne Mission. Mission, ja. Level, Stage, Aufgabe kann man ja alles nicht so... Doch, Aufgabe schon. Echt geil. Da hätte ich echt Puck, das richtig zu verbessern. Das hat Style. Aber jetzt zur Dämmerlichtung. Oh, mit Seerosenblättern. Wir haben nur gelbe, pinke und lila. Hä? Okay, die pinken sollten wahrscheinlich alles tragen. Behaupte ich jetzt mal. Oh mein Gott, was hier rumliegt. Welcher ist der... Liegt der Witz dabei? Erstmal Pigment zu finden. Ich sehe nämlich keinen. Ach, da oben, klar. Soweit können wir auch nicht hochwerfen. Dann los. Da können wir keinen hochwerfen. Da haben wir doch erstmal welche. Komm, 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 komm! Alle raus. Und die sollen jetzt die Mauer einreißen. Habe ich das richtig verstanden? Nö. Oh Gott, sagen. Okay, los! Die anderen auch. Das muss weg. Ich weiß nicht, ich gehe halt mal mit Alphen noch weiter. Ah, da ist... Wir brauchen mindestens zwei. Da kann einer den werfen. Der bleibt schon mal auf jeden Fall hier. Das läuft. Oh, sehr gut. Mach, 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 mach! Brittany! Oh, da sind 50 Golddinger. So, erstmal hier umschauen. Nein! Der, der... Wie ich ihn hasse. Der muss erledigt werden. Ohne wenn und aber. Aber die sind zu schwach. Und der kommt nirgendwo hoch, oder was? Doch, hier. Dankeschön. Totales Chaos. Echt. Überall sind Pikmin, ey. Und Schätze. Hier nicht die Übersicht verliert. Wo sonst? Die fliegende Gegner. Die brennt es denn jetzt. Hinter ist was los. Unfassbar. Weiß nicht, ob wir uns mit den Gegnern überhaupt aufhalten sollen. Was solltern? Ach, das ist kaputt. Ach, kaputt. So, bei der anderen kurz gucken. Schmeiß den wenigstens dahin. Na du. Na bitte. So. Da, da, da. Da, da, da. Ui. Alles nicht so gedacht. Aber wir haben es jetzt halt mal so gemacht. So. Okay. Jetzt habe ich alles vergessen. Hier müssen wir mal... Das sieht gut aus. Alter. Gibt es hier welche? So, arschbar. Lila, ne? Aber wenn wir nur fünf davon haben, steckt er jetzt den Apfel. Ach, das. Und das. Die. Und das auch. Gut, gut, gut. Das sieht gar nicht so übel aus. Ähm. Schön, dass ihr das geschafft habt. Jetzt macht doch mal den kaputt. Ja, im Gegensatz zur Stage eben. Fehlt mir hier echt die Orientierung. Die mache ich kalt, ey. Ach, nee. Kommen da alle nicht weiter wegen... Oh. Wegen den gelben Pikmin, die ich da habe. Oh, Mann. Schlimme Zeitverschwendung. So, was machst du hier eigentlich? Die haben das kaputt gemacht. Am besten, wir holen erst mal die Lilanen und kämpfen dann erst. Ganz klar. Die Lilanen, die besten Kämpfer von allen. Können auch die Roten und die Steinpigmen... ...nix derjenigen sagen. Aber die haben ihre Funktion verloren, die Lilanen. ...zu meinem Bedauern. Die können nicht mehr so... ...betäuben. Damit hat das hier keinen Sinn. Oder bringt gute Items. Oh, nee, nee. So, nicht im Sinne des Erfinders hier gerade. Jetzt ist er so gut wie Daudi. Es wird auch fertig gemacht. Ich hätte ja auch gern Ultramotivierspray. Aber das haben wir in den ganzen Missionen bisher noch nicht gehabt. Oh Gott, der frisst zu viele. Das wird auch nochmal als Geld abgezogen, ne? Wenn, dann mit Verstärkung. Das hat jetzt keinen Zweck. Blöd gelaufen, ja. Definitiv. So. Was machen die anderen? Was ist denn das hier? Gegner. Voll die Hektik. Wo wollt ihr das denn hinbauen? Das geht nicht. Ich weiß nicht, ob es der richtige Zeitpunkt ist, hier noch was zu bauen. Ich muss die mal ein bisschen zusammenholen, die ganzen... ...Leutschens. Okay, eine Medaille haben wir sogar schon. Okay, das schlägt uns hier hin. Bist das wirklich? Können wir die schon mal vereinen? Warte her. Wie komme ich denn nochmal da oben hin? Irgendwo war doch ein Aufgang, ja. Oha. Schade. Oh, einer hat es doch wirklich... Einer hat es doch wirklich geschafft. Besser als... ...Gar nicht irgendwie. So, so. Okay, pass auf. Die Brücke müsste ja fertig sein. Och Gott, das fehlen noch. Oder tragen die noch? Tragen noch. So, hier kommen sie hoch. Und hier müssen die anderen auch mal hin. Wenn du halt mal fertig bist. Was gibt's denn eigentlich hier noch? Ha! Ohne mich. Gibt bestimmt ein geiles Item, aber nein. Das machen wir jetzt nicht. Boah, wie viele Pikmin wir haben. Das ist total untypisch hierfür. Na dann, auf geht's. Alle ran. Bleiben sogar noch welche auf der Strecke? Nein. Gut, 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 gut. So, ich wollte mit Alf noch was machen. Da können wir noch irgendwas hier... ...irgendwen hier rüberschmeißen. Jetzt habe ich schon den Ehrgeiz, Silber zu bekommen. Muss ich mal so sagen. Da ist noch. Sehr gut. Lasst es! Ein Lilaner macht das. Also hier, das sollten wir wirklich noch hinkriegen. Kann ich denn mal runter, bitte? Ach, komm, hier noch möglichst viele dran. Brauchen nicht irgendwie chillen. Du musst wirklich noch sterben für deine Schalttaten. Ja, die Lilaner sind deutlich geschwächt worden. Die waren viel, viel besser am Kampf. Nee, bringt einfach nichts. Der ist zu stark irgendwie. Gut, ihr könnt... Pit, hä? Dir mal einem Apfelkerl helfen. Ich habe keine Ahnung. Was da los ist. Aber hilft ihm. Verdammt. Auch den Apfel kriegen wir nicht mehr. Ach, das waren wir da sehr knapp. Ja, dafür, dass ich mich wirklich so selten dämlich angestellt habe, haben wir dann doch einiges abbekommen. Die Silbermedaille sind aber 90 gestorben. What? Okay. Alle Kirschen. Da haben wir eine Krone. Alle goldene Kirschen. Doch, das war echt gut. Nur wo die ganzen Äpfel waren. Eins von sieben. Das war wahrscheinlich, wenn man diverse Gegner besiegt. Jut, Freunde. Diese beiden Missionen in diesem Part dürfte doch schon mal ganz nice gewesen sein. Im nächsten Part gibt es dann die anscheinend letzte Schätze-Mission. Mal sehen, ob die besonders schwer wird. Oder weitläufig, wie auch immer. Ich würde sagen, wenn es gefallen, dann Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Ciao.